ja leute herzlich willkommen zur ersten folge von rocket league und ja das erste video mit face cam genau das bin ich und heute nicht alleine sondern mit dem guten kumpel werden wir heute das erste mal rocket league spielen er hat schon mal gespielt ich allerdings nicht deswegen bin ich mal gespannt wie wir abschneiden werden kurze info noch ich bin jetzt noch nicht so drin was facecam angeht ich gucke da meistens mal auf anderen bildschirmen um zu schauen was man sieht und wie man sieht deswegen nimmt es mir nicht übel und genau da würde ich sagen starten wir rein und let's go jetzt spielen wir richtig wir spielen jetzt richtig aber halt nicht renkt sondern halt normal und davor bevor du rein springt einfach noch mal springen ja dann schießt du noch mal herr hier hast gesehen was haben wir für ein torwart junge wir hatten den ball direkt zum gegenspieler hat der profi junge hauptsache es ist ich weiß genau was du gemacht hast du hast das gemacht aus dem chat alterer junge der rappt mich übel hier ja du kannst auch leute wegramm und leute explodieren lassen wenn du volles kararo gegen dich da oh ja easy ist die musik hier äh äh copyright äh meine im hintergrund ne ne die hier im in-game läuft keine ahnung blicka weiß ich nicht hab ich hab ich aber ja du hast hier gar nichts aber luke hast du gestern ein paar tore gemacht also hier kommt der ball ja warte mal ich bin ja irgendwie in der luft ich hab da noch ein bisschen probleme da muss es ja machen ich glaube ich müsste einfach nur mit lukas spielen als immer auf einem level naja die verstehe ich noch nicht und dann lass mich lass mich lass mich ein wenigstens war dran gewesen so ein ding ist das bist du aber wenigstens hast du jetzt schon 16 punkte ja er hätte auch er hätte auch gleich gut nach rechts ziehen könnte aber was war das für ein wilder schuss eigentlich kann man wieder der manuel neuer umfangen gut Junge warte warte nehm ich alle den ey Junge ohne witz den hätte ich wirklich gemacht mach den doch ja Junge ich bin doch übelst weit weg ja kommt noch einer für dich nimm den doch ja guck sie ein guck sie ein Junge ich drück einfach weiter Digga einfach besser ziehst du rein ganz wild alter alter aber wenigstens bist du gesprungen schon mal nicht schlecht siehst du ich weiß wie das spiel geht ja ja hast du ja auch vom meister gelernt was ist wenn einer kaputt geht responder nach drei sekunden ja passt oh Junge das ist ein wilder Pass sag ich doch ne ohne Flaxe ist er war eigentlich gar nicht so schlecht jetzt habe ich nicht erfordert ohne Mist kein Nitro ja noch ein bisschen wenn du einen Ball hochschießen willst dann musst du nur dagegen fahren aber wenn du flach schießen willst dann musst du dagegen springen zweimal wirst du dann gehen lass mich nicht gut hoch du musst du haben, du musst du haben ja ja Junge die Crades die fahren mir jetzt dauernd hinten rein alter ich drehe mich wie Sau hier guckst du dir an Junge ich konnte einfach nichts machen du wirst einfach nur rumgeschubst die ganze Zeit das gibt's mir auch nicht du musst du halten du musst du halten du musst du halten ich halten eigentlich ist der schlecht wer ist ne 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 nein aber ich vergesse das motto bespringen jetzt das ist aber dein ball ja jetzt kommt noch mal in der mitte easy jetzt den netz nicht lassen können für mich ich habe mich gerade irgendwie zeitlich gedreht du kannst ja wenn du halt nach rechts und links drückst und auf den zweiten sprung macht kannst du dich nach links oder rechts oder nach vorne links und achte kannst du wieder voll vergessen junge wien schriftet man ich krieg es wieder nicht ganz klar das ding hast du ich war hier nur im kreis ich sehe das aus den beiden in unser eigenes vorgleich wenn das weiter geht nein wie heißt das spiel jetzt wir spielen jetzt rambl rambl in die jungle was ist die 10 und nicht alle zehn sekunden item was da einsetzen kann ja muss man schon sagen wie ich einsetzen kann ja keine augen da gibt es auf der arbeit weiß nicht wie das auf der x partei ist blau ist hier keine ahnung gucken was hast du gekriegt irgendwelche stacheln geil damit kannst du den ball an dir haften und dann kannst du direkt ins vorfahren weißt du das spiel heißt rumble scheiße so wie royal rumble bei wrestling keine ahnung aber rumble den jungle passt denke ich besser blau ist meine farbe ich sag so wie es ist ja jetzt irgendwie so ein pastor hat mich weggeschossen hey wer hält den fest ich habe eine faust ich habe einen schuh die ganze scheiß musik ich kriege ja nur auf das video und strike habe eine faust ich habe meinen kanal gestört ich habe das ding easy oder das aber auf mies zerfetzt also denn das war also das war keine leiste mir du hast fünfmal vorbeigesprungen bevor du dir überhaupt gesehen hättest ich mache immer saldo anstatt irgendwie hier ranzuschießen man entzündet den tornado die mit musik der haste easy ich habe bock sagt der star der star der star der star der kommt wo sind die team ja bumm und barm junge hast gesehen jubel easy so langsam könnte ich auch in der profi-liga spielen ja fast ist wie es läuft ja grüße an junge dann habe ich sogar nicht schlecht aber du kannst ja auch gut fliegen habe ich gehört ich habe ein tornado was kann man als tornado machen ja du schmeißt die gegner als grenze durch das hat nicht geklappt mindestens mal aufwischt den hat doch den hat doch nehmen wir nehmen oder ich war hier wieder aber übel zweck geportet jawohl guck es dir an junge kann nicht viel mit anfangen was mache ich jawohl das gesehen wie ich angegangen muss ich den irgendwie halten im pümpel nein scheiße egal jetzt aber alles noch gut wenn ihr seid immer schneller als ich das ist dumm ja weil die äußeren immer zuerst da sind habe ich vorgeschossen ich dachte einfach viel zu stark man auch nicht heiß die müssen mal genervt werden du kotzt einen so an passt ja also was haben denn die schon wieder geile items gibt es überhaupt nicht ich kriege hier einfach ein teleporter ich habe die stacheln hallo warum gehe ich warum gehen die stacheln bei mir nicht ran ach ja wahrscheinlich und bei ihm geht es gerne so leute das war es mit der ersten folge von rocket league wir werden das wahrscheinlich irgendwann mal im stream spielen mir hat es auf jeden fall mega spaß gemacht gab einiges zum lachen ich hoffe natürlich mal dass ich kein copyright strike kriege durch die ganze musik die hier manchmal läuft wenn man ein tor schießt aber ansonsten genau gerne meinen kanal abonnieren folgt mir auf twitch und auf instagram da kriegt ihr auf jeden fall immer wieder auf den mit wenn ich streamer wenn ein video online kommen und zaterer pp genau ansonsten sehen wir uns im nächsten video wieder bis dahin